Manuel Schäffler, am Sonntag steht das 267. Franken-Derby an. Erzähl mal, wie groß ist es bei dir? Das Kribbeln auch schon, merkt man schon Anspannung, weil es doch ein anderes Spiel ist als die anderen in Anführungsstrichen 32 Spiele der Saison? Mit Sicherheit, ein Derby hat immer was Besonderes. Ich kenne es aus München, gegen die Bayern zu spielen. Es ist ein besonderes Gefühl und auch eine besondere Anspannung, die natürlich da herrscht. Aber wir müssen uns professionell vorbereiten. Wir müssen trotzdem mit dem kühlen Kopf in das Spiel gehen, müssen die Dinge, die wir gut gemacht haben, weiterhin versuchen, besser umzusetzen. Wir wollen alles dagegen setzen, um am Wochenende erfolgreich zu sein. Wir sind hier im Max-Mollach-Stadion. Man sieht es im Hintergrund, leere Ränge. Das wird auch am Sonntag der Fall sein leider. Wie sehr schmerzt es, dass es gerade bei so einem Spiel dann keinen Support aus der Nordkurve oder dem ganzen Stadion geben kann? Sehr. Man muss sagen, die Fans allgemein. Es fehlt schon brutal in unserem Geschäft. Wir leben davon, wir lieben es. Es ist einfach eine Sache, die auch nochmal einen enormen Push gibt. Es ist so ein Hexenkessel, dann einfach zu haben und dann einfach nochmal so eine Stimmung aufkochen zu lassen. Das ist einfach auch was sehr Geiles. Wir hoffen, dass es relativ bald wieder möglich ist. Nichtsdestotrotz werden wir alles reinhauen, um dieses Franken-Derby zu gewinnen. Die Bilanz, zumindest in der zweiten Liga, spricht eher für die Gäste aus Fürth in diesem Fall dann. Was stimmt dich zuversichtlich? Die haben auch gerade einen guten Lauf. Vier Siege in Folge. Ihr aber jetzt mit dem 4-1 im Rücken aus Osnabrück. Was stimmt dich zuversichtlich, dass es am Sonntag klappt? Oder was müsst ihr in die Waagschale werfen, damit es zugunsten des FCN ausgeht? Genau das, was wir gegen Osnabrück gemacht haben. Wir haben in Osnabrück auch einen Gegner getroffen, der enorm stark über Standards ist. Wir wussten, dass wir aber auch rein körperlich über die Basis und über die Zweikämpfe, die Laufbereitschaft und auch die Sprints und dann auch die Qualität, die ganz am Ende kommt, zu unseren Erfolgserlebnissen zu kommen. Wir arbeiten jede Woche hart daran, um besser zu werden. Ich glaube, jetzt gegen Osnabrück hat es das erste Mal Früchte getragen. Wir wissen, dass Fürth gerade aktuell einen guten Lauf hat, in einer guten Verfassung ist, das Momentum so ein bisschen auf ihrer Seite haben. Nichtsdestotrotz wollen wir dagegen halten. Wir wollen absolut einen Fight abliefern und wollen dem Spiel einen absoluten Derby-Charakter geben. Du hast gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, du kennst es, 1860 gegen Bayern. Wie ist deine sonstige Derby-Erfahrung? Gibt es irgendwelche Berührungspunkte, wo du dann sagst, wo du vielleicht auch, du bist ja schon einer der erfahreneren im Team, was das Alter angeht, wo du den Jungen dann, weil die Mannschaft doch relativ jung ist im Schnitt, was mitgeben kannst? Das habe ich schon gesagt. Ich glaube, wir müssen kühlen Kopf bewahren. Wir müssen trotzdem unsere Basics auf den Platz bringen. Wir müssen unseren Matchplan bestmöglich umsetzen und da arbeiten wir jetzt die Woche noch dran, um dann am Wochenende erfolgreich zu sein. Es gibt den einen oder anderen auch aus Fürther-Zeiten, du hast es schon angedeutet nach dem Spiel, den du kennst, zum Beispiel den Cheftrainer Stefan Leitl, mit dem du zusammen noch gespielt hast. Gibt es da im Vorfeld dann irgendwie noch Kontakt? Ist es dieses klassische, in der Woche, wir haben gar nichts, wir hören nichts voneinander, wir wollen das nicht? Stefan und ich, wir haben immer sporadisch Kontakt gehabt. Wir haben früher eine gemeinsame schöne Zeit bei Ingolstadt gehabt. Wir schätzen uns beide, glaube ich, als Menschen und als Sportler sehr. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man natürlich schon versucht, seinen eigenen Fokus so hochzufahren, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich bin hier in Nürnberg, um Spiele zu gewinnen, Punkte zu holen und den Verein dort hinzubringen, wo er hin möchte. Und das ist das, wo einfach von Woche zu Woche um über Siege in den Spielen geht. Und ja, an diesem Wochenende heißt dieser Gegner Greuther Fürth. Es ist ein Derby. Ich bin heiß. Die Jungs sind, glaube ich, auch sehr heiß. Und deswegen geben wir Gas, dass wir da erfolgreich vom Platz gehen. Dann zum Abschluss noch eine Frage zu dir persönlich. Mittlerweile vier Tore hier beim Klub bislang. Wie fällt dein Fazit aus? Generell für dich selber? Bist du so weit zufrieden, wenn man das als Fußballer sagen kann? Oder ist es, na, es geht immer noch besser? Du sagst es gerade. Es geht immer besser. Ich sage, man hat von Woche zu Woche Zeit, wieder an Dingen zu arbeiten, wieder Dinge besser zu machen. Es werden Gegner kommen, die werden dir mehr Aufgaben stellen. Da musst du bereit sein. Und ja, ich versuche mich bestmöglich vorzubereiten und werde auch natürlich am Wochenende versuchen, meiner Mannschaft zu helfen. Dann drücken wir dir und natürlich der ganzen Mannschaft die Daumen und hoffen, dass es klappt mit dem Derbysieg hier im Max-Morlock-Stadion und ihr dann den Schwung aus dem Osnabrück-Spiel auch mitnehmen könnt. Vielen Dank. Danke.